Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Samstag, also wir haben heute Freitag, wir haben jetzt 6 Uhr oder so, morgens, und Samstag geht es los nach Köln, da gehe ich mit ein paar Freunden hin. Ich habe mir so überlegt, warum mache ich dann nicht mal einen kleinen Vlog? Ich habe mir so gedacht, ich mache ein paar Aufnahmen, tue ein bisschen Musik hintersetzen. Wir werden wohl ein bisschen am Kölner Dom auch sein, so von den Erzählungen her. Und dann werde ich mal auch ein paar Aufnahmen machen. Wir fahren nämlich, das ist so eine Gitarrenmesse, wo verschiedene Gitarren verkauft werden, so Gipsen und was weiß ich, was da auch noch alles gibt. Aber nicht nur Gitarren, sondern auch dazugehörige Zubehör, sowas wie Verstärker und so ein Kram. Und da fahren wir halt hin und wollen uns das mal da anschauen. Die beiden wollen sich dann auch was kaufen. Ich will mir das einfach nur alles mal da anschauen. Und bin das das erste Mal tatsächlich sogar in Köln, da bin ich echt mal gespannt, wie es da sein wird. Da bin ich gespannt auf jeden Fall. Ich werde jetzt nicht zu viel labern. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Hier kommt erst mal das Intro. ! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.